Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play den Duke. Duke, finde und zerstöre all die Radarschüsseln in diesem Level. Mal wieder. Ähm, ist das nicht das Level das allererste? Okay, wir klettern erstmal nach unten. Du behältst deine Griffe bei dir, das ist schön. Du auch. Du nicht. Du. Dachte ich es mir noch. Du bist hier. Du. 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 Das war's für heute. 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 Okay, war ich noch nicht. Oh, scheiße. Das war's für heute. Nee, war ich doch auch schon. Jetzt das Misti-Weg ist kaputt. Hier ist eine Leiter. Hier ist noch eine Leiter. So, diese war runtergekommen. So, vier sind noch. Achso, die zählt nicht. Achso, die zählt nicht. Hier ist noch 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 nicht. ist noch nicht. Wenn du auch nicht colourartiert. Das ist noch nicht. Hier ist noch nicht. Das war's für heute. Das ist nix. Okay, da sind wir da. Dann einmal zurück. So, jetzt muss es eigentlich nur noch eine Schüssel sein. Okay, hier ist auch nix weiter. Eine ist noch. Okay. 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 Hier waren wir aber auch schon. Hmm. Okay. 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 So, die Karte habe ich nicht. Ich brauche hier eine Karte. Dann machen wir es auch. Dann gucken wir mal, wo wir hier lang fallen. Dann gucken wir mal. 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 Dann gucken wir mal weiter. Bis gleich. Bye. Bye. Bye.